Ich habe es getan. Ich habe Produkte gekauft, bei denen ich mir geschworen habe, sie nicht zu kaufen. Und guess what? Jetzt sind sie hier und ich bin ziemlich aufgeregt, sie zu testen. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr hattet ein wunderschönes Wochenende, einen wunderschönen Start in die Woche und ihr seid glücklich und selig. Falls nicht, hoffe ich, dass ich euch mit diesem Video ein klitzel kleines bisschen aufmuntern kann. Ihr habt es eben schon gehört. Es sind so viele Produkte auf dem Markt und ich komme ehrlich gesagt selbst gar nicht mehr hinterher. Ich schaue ja natürlich regelmäßig bei meinen liebsten Webseiten vorbei und sehe immer Neuheiten. Ich sortiere sofort immer nach Neuheiten. Und dann sind da Sachen, wo ich sage, oh, hätte ich schon gerne, aber nee, brauchst du nicht. Und dann wusel ich da wochenlang rum und jetzt habe ich sie doch. Aber ich rechtfertige es damit. Es ist mein Job. Ich muss gucken, dass ich euch die richtigen Produkte zeige, weil eventuell gibt es nur eine Person, die dieses Produkt interessiert und ihr wisst nicht, könnt ihr den Reviews oder den Swatches vertrauen. Deswegen bin ich da und ich zeige euch, ey. Heute ganz, ganz viele spannende Produkte. Ich habe wieder bei Look Fantastic bestellt und zwar diesmal fast nur Neuheiten und wirklich spannende Produkte. Eine Palette, ich habe mir geschworen, sie nicht zu kaufen. Die Jucca Palette von Natasha Denona, den Concealer von Natasha Denona und Spoiler Alarm. Das ist der beste Concealer, den ich in meinem gesamten Make-up-Leben benutzt habe. So viel dazu. Ich habe natürlich schon so ein bisschen mit dem Produkt gespielt, damit ich euch ein bisschen mehr Informationen geben kann. Auch dieses Video entsteht in Zusammenarbeit mit Look Fantastic. Ich habe wieder einen Code für euch bekommen. Ich konnte mir ein paar Produkte aussuchen. Hat nicht ganz gereicht. Ich habe ein paar Sachen noch extra mit dazu bestellt. Aber mit dem Code MAXIMEL11 gibt es bis zu 25% auf der gesamten Seite und mit diesem Code nochmal 11%. Also ihr könnt bis zu 36% sparen und das macht wirklich Sinn, gerade bei den teureren Produkten. Ich bestelle mittlerweile auch viele Sachen mit meinem Code selber. Der Code gilt dauerhaft bei Look Fantastic. Und das Schöne ist, dort findet ihr Produkte, die ihr vielleicht noch nicht in der Drogerie findet oder die ihr vielleicht erst in Großbritannien findet oder in Amerika, die aber noch nicht hier sind, wie beispielsweise diese Mascara, die ich mir vor drei Monaten, glaube ich, dort bestellt habe. Ich verlinke euch alle Produkte unten und ich würde vorschlagen, wir hüpfen direkt ins Video. Ich glaube, das wird eines der letzten Videos mit diesem Hintergrund. Kann sein. Ich habe mir was bestellt. Ich habe eine ganz, ganz tolle Sache gefunden. Ich hoffe, dass es klappt. Mich nervt das so ein bisschen. Mir ist das ein bisschen zu boring. Mir ist das ein bisschen zu langweilig. Ich möchte einfach ein bisschen mehr. Wir starten mit etwas, wo ich gedacht hätte, das hätte ich mir niemals gekauft. Aber ich habe mich mit meiner Oma unterhalten. Ich habe gefragt, Oma, du hast eine wirklich sehr, sehr, sehr schöne Haut. Was machst du? Und dann hat sie mir verschiedene Sachen aufgeschrieben, die sie benutzt. Wenn ihr wollt, mache ich dazu auch noch mal ein Video. Ich habe auch von meiner Mama ihre Fail-Produkte schon hier. Sie sortiert nämlich gerade fleißig aus und gibt mir die Fail-Produkte, damit ich euch noch mal ein anderes Feedback zu reiferer Haut geben kann. Ich werde oft gefragt, kannst du uns etwas zeigen für Haut über 50? Kannst du uns zeigen für texturiertere Haut? Und das kann ich an meinem Gesicht halt nicht zeigen, weil ich einfach nicht in diesem Spektrum der Haut bin. Deswegen habe ich meine Mama und meine Oma gefragt. Die haben zwei sehr unterschiedliche Häuter. Und Oma meinte, sie hat schon vieles in ihrem Leben ausprobiert, aber sie schwört darauf. Und ich weiß nicht, warum, aber ich habe es gekauft. Das ist von Aven, das O-Thermal, Thermal Spring Water. Sie hat gesagt, das ist das Einzige, was sie kauft. Und auch schon immer. Also ich erinnere mich, als ich viel bei meiner Oma gewohnt habe, wenn meine Mama arbeiten war, hat sie immer das benutzt. Ich durfte das auch immer benutzen. Ich fand das immer ganz schön. Das ist so eine Erinnerung, glaube ich. Ich weiß nicht, wie der Effekt davon ist. Ich bin großer Freund von Placebo. Und ich glaube, dass das sehr, sehr gut ist, weil hier viele Mineralien drin sind. Deswegen geben wir das einfach einmal kurz auf die Haut. Lassen das so ein bisschen schön einziehen. Was ich damit mache, mit generell Wassersprays, ist, wenn ich einen Hyaluronsäureserum benutze, dann kombiniere ich das mit so einem Thermalspray. Es ist nochmal was anderes, als diese Wassersprays von Isana beispielsweise, weil hier einfach mehr Mineralien drin sind. Und durch die Hyaluronsäure kann die Feuchtigkeit besser in die Haut genommen werden. Ich sage nicht, dass das ein Skincare-must-have ist. Aber für mich ist das eine Sache, das ist so ein emotionales Ding. Ich dachte, ich nehme es mal mit. Meine Oma hat die schönste Haut. Alle anderen Produkte, Martina Geppert. Martina Geppert. Martina Geppert ist auch so eine Naturkosmetik. Ich muss es mal bestellen. Ich glaube, ich habe sogar noch eine Augencreme hier von Martina Geppert. Aber vielleicht testen wir das Ganze mal. Und ich werde sie auch fragen, ob sie mir ihre Make-Up-Routine mitgeben kann. Also Spray ist einmal schön eingezogen. Lassen wir schön auf der Haut und machen gleich weiter. Mit einem Produkt im Drogerie-Bereich von Revolution Pro. Das ist das Miracle Serum. Ich hatte euch neulich schon die Miracle Cream gezeigt. Die meiner Meinung nach wirklich ein gutes Dupe zu der Charity Bury Magic Cream ist. Nicht von den Inhaltsstoffen, nicht von dem Preis, absolut nicht, auch nicht vom Packaging, aber so vom Effekt, den es auf der Haut macht. Und ich liebe das Magic Serum von Charlotte Tilbury sehr. Das ist sehr stark parfümiert. Es hat aber einfach so ein super pflegendes Gefühl. Und deswegen freue ich mich, dass es das gibt. Ich probiere es einmal aus. Flasche fühlt sich sehr, sehr hochwertig an. Es ist Glas. Ihr habt einen Pumpkopf, mit dem ihr das Produkt rausholen könnt. Es sieht auch ähnlich aus wie das von Charlotte Tilbury. Es riecht aber nicht so. Es wird doch ein bisschen ganz leicht. Und das trage ich mir erst mal auf. Das ist jetzt eigentlich nur Skin Prep. So ein bisschen vorbereitend. Und ihr seht schon, wie glazed meine Haut aussieht. Das ist ja wirklich... Ich liebe das. Ich weiß, im Sommer ist es immer ein bisschen schwierig. Ich habe vorhin nur mein Gesicht einmal gewaschen und bin dann mit dem Spray raufgegangen. Sieht schon schön aus. Es fühlt sich ähnlich an wie das von Charlotte Tilbury. Ähnlich wie die Creme. Es ist natürlich nicht dasselbe. Ganz sicher nicht. Aber das möchte ich dazu sagen. Ich zeige euch ja verschiedene Sachen. Drogerie und etwas teurere Produkte. Und ich sage ja auch, wenn ich teure Produkte mag. Aber wenn ihr erst mal wissen wollt, wie kommt ihr mit dem Produkt an sich zurecht. Nicht unbedingt mit dem Inhalt des Produktes, sondern vom Packaging. Vom Feeling des Produkts, vom Effekt der Produkte. Die sind ja doch schon sehr ähnlich. Seid ihr euch probiert, immer erst die günstigere Version aus. Und dann könnt ihr die teurere nehmen. Jetzt wird es aufregend. Wir kommen nämlich zur Base. Und ich habe bei vielen Influencerinnen Werbung dafür gesehen und fand das ganz spannend. Ich habe nämlich eigentlich so gut wie gar keine Erfahrung mit Laura Mercier. Außer mit dem Puder. Das hat mir ehrlich gesagt nicht so gefallen. Jetzt hat sie aber was rausgebracht. Die Real Flawless Weightless Perfecting Foundation. Sieht einmal so aus. Ein sehr, sehr schönes, schlichtes Design in einem gefrosteten Glas mit einem Kunststoffdeckel und einer rosé-goldenen Pumpkopfkappe. Die ist mir ein bisschen zu dunkel leider. Ich habe die Farbe Ecryl 2C1. Wobei, wir könnten es... Wir probieren es mal. Kommt, wir probieren es mal so wie es ist. Wenn nicht, kann ich es immer noch aufhellen. Die Foundation kommt in, ich glaube, fast 40 Farben. Long-Bearing Foundation verwischt die Linien zwischen Make-up und Haut für einen gesünder, aussehenden Tint. Eine hautpflegende Formulierung gibt eine medium-aufbaubare Deckkraft, die sich sehr, sehr weightless, also sehr leicht anfühlt. So wenig Produkt wie möglich benutzen. Okay, guter Tipp. Danke. Jetzt erstmal hier ein Foundation Brush und arbeite mir das Produkt, was ich jetzt hier an meiner Haut schon hatte, einmal ein. Ich finde sie ein bisschen gelblich. Ich nehme auch nur ein ganz, 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 ganz kleines bisschen und blende das wirklich schön ein. Und jetzt, Tatsache, ist es farblich gar nicht so weit entfernt. Also es ist schon dunkel. Es ging auch deutlich dunkler. Aber so wenig wie möglich war ein guter Tipp, weil ich habe natürlich geswatcht und habe das dann gesehen, dachte mir so, hm. Und blende das erstmal hier richtig schön ein. Und anschließend gehe ich mit einem Schwamm einmal nochmal rüber und arbeite mir auch das richtig schön in die Haut ein. Die Foundation fühlt sich so ein bisschen, ich sage mal, ölig. Ich sage vorsichtig ölig. Nicht so wie die Maybelline Green Me Oil Foundation. Aber das ist jetzt keine so wasserbasierte Foundation. Farblich, wie gesagt, ist das so meine Sommerfarbe. Wenn ich keinen Sonnenschutz benutzen würde, tue ich nicht. Ich halte mich nicht in der Sonne auf. Aber gefällt mir auf den ersten Eindruck natürlich ganz gut. Das ist jetzt hier wirklich ein First Impression. Wenn ihr wollt, teste ich sie auch nochmal länger. Aber ich habe sie gesehen bei vielen Influencerinnen und fand das Ergebnis wirklich gar nicht schlecht. Weil das ist nicht so super speckig. Also es ist nicht so glowy. Es ist sehr, sehr leicht. Hat eine gute Deckkraft aber. Und korrigiert gleich so ein bisschen falter. Würde ich jetzt erstmal sagen, ist gar nicht schlecht. Hat sich auch sehr, sehr gut mit dem Primer vertragen. Ich blende das Ganze hier nur einmal aus. Und du siehst tatsächlich wirklich auf der Haut nicht das Produkt drauf ist. Oft ist es ja so, dass du schon siehst, dass etwas drauf ist. Hier ist es sehr, sehr leicht. Sie ist halt super, super flüssig. Und zieht auch recht schnell ein. Ich denke mal, dass sie ein kleines Stückchen oxidieren würde. Geht ein bisschen heller. Jetzt, Freunde, passt auf. Natascha Denona hat ja den Concealer rausgebracht. Und ich habe das gesehen und habe mich sofort in das Packaging, in die Kampagne, in alles verliebt. Und da habe ich den Preis gesehen. Und dachte mir so, pfff, ist fett. Aber ich habe keine einzige schlechte Review darüber gesehen. Das ist selten. Also oft sieht man ja immer so gespaltene Meinungen. Ich habe keine einzige schlechte Review dazu gesehen. Und Natascha Denona ist so eine Brand, die weiß halt, was sie tut. Und ich habe ihr immer Lidschatten anvertraut und habe mich nie an ihre Hautpflege beziehungsweise ihre Liquidprodukte getraut. Und dachte, okay, komm, jetzt probier's. Das Einzige, was mich massiv abgeschreckt hat, war diese Riesenanzahl an Farben. Und die war extrem schwierig sortiert. Ich habe drei Wochen lang, ich habe ja lange überlegt, habe überlegt, welche Farbe könnte passen, welche Farbe willst du hier, welche Farbe willst du da. Ich habe jetzt zwei gekauft und eine ist mein perfektes Match. Ich habe noch nie eine so gute Farbe gehabt ohne Foundation. Also wirklich, du siehst es nicht auf meiner Haut. Das ist die RN3. Die Swatches, die sie da hochgeladen hat, die kannst du vergessen. Kannst du wirklich vergessen. Es ist nicht ansatzweise das, was bei dir ankommt. R2 ist deutlich heller, damit kann man aber gut aufhängen. Das ist schon sehr, 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 sehr teuer. Aber es ist Natasha Denona. Und jetzt habe ich das benutzt und ich habe noch nie einen so verdammt guten Concealer gehabt. Die Textur ist ganz besonders. Das ist, ihr werdet es gleich sehen, wie eine zweite Haut. Die bildet wie so ein Schutzschnell, also die hält sich richtig fest. Sie ist nicht in die Falten gerutscht. Die Deckkraft ist immens. Ein Tarte Shape Tape ist dagegen ein Witz. Und das Finish ist bemerkenswert. Das habe ich noch nie gesehen, dass ein Concealer ohne Schimmerpartikel so reflektierend aussieht, aber nicht speckig dabei. Ihr werdet es gleich sehen. Base sieht jetzt tatsache sehr, sehr schön aus. Die Farbe ist mir tatsache ein bisschen zu gelb, aber wir kommen zu dem Concealer. Ich benutze jetzt erstmal die Farbe RN3. Packaging fühlt sich sehr luxuriös an. Wir haben hier oben eine gummierte Kappe und wir haben ein sehr angeschrägtes Füßchen mit einem kleinen Reservoir. Da kommt sehr viel Produkt ab, also man braucht nicht ansatzweise so viel. Und ich nehme jetzt einmal hier und einmal hier. Und das reicht. Und das musste ich wirklich erstmal üben. Weil ihr kennt mich, ihr kennt, wie ich Concealer benutze. Ich benutze Fehl-Concealer. Und ich nehme jetzt hier einen Pinsel von Crash Cosmetics. Der sollte wohl bald ins Standardsortiment kommen und blende das Ganze erstmal aus. Das ist ein sehr, sehr wässriger Concealer, der aber nicht so flüssig ist, dass man ihn nicht verblendet kriegt. Und schaut euch bitte diese Deckkraft an, wie hell der ist. Er sieht jetzt sehr hell aus im Vergleich zu der Foundation. Ohne Foundation ist er einfach die perfekte Farbe. Und damit gehe ich gleich hier so ein bisschen lang, kann hier alles ein bisschen auffällen, das Gesicht wieder strukturellen. Und ihr seht sofort, A, er hat eine extrem krasse Deckkraft. Du hast Zeit, ihn zu verblenden. Und dann gehe ich mit einem Schwamm rüber, der nicht so nass ist mehr. Und tupfe nur ganz leicht und bin fertig. Und habe den aufgehelltesten Look überhaupt. Und der hält. Ich habe ihn neulich getragen. Ihr merkt, ich habe lange probiert, ihn zu vermeiden. Aber ich musste ihn kaufen. Und ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich ihn gekauft habe. Ihr seht sofort, wie aufgehellt dieser Concealer hat. Und wir lassen den jetzt einfach mal ein Momentchen drauf. Der eine ist jetzt gerade dann definitiv zu hell. Den habe ich im Alltag jetzt die Tage benutzt, um so ein bisschen zu highlighten. Weil er ein ganz spannendes Finish hat. Der trocknet jetzt an, aber nicht matt, sondern bleibt immer noch so pflegend feucht. Ihr könnt ihn natürlich auch aufbauen. Ihr könnt noch mehr Deckkraft haben. Ich wünsche mir, dass es diesen Concealer als Foundation gibt. Weil ich glaube, dass das ein Game Changer wird. Gut, ich lasse das Ganze jetzt mal kurz hier drauf. Nehme mir schon mal so ein bisschen Produkt ab. Und kann hier ganz minimal schon mal highlighten. Und habe einfach den krassesten Concealer gefunden. Wirklich. Ich habe lange gesucht. Ich habe auch lange keine neuen Concealer mehr gekauft. Weil ich gedacht habe, okay, wir haben jetzt wirklich alles durch. In der Drogerie kennen wir mittlerweile alles. Da kam ja jetzt auch nichts mehr spektakuläres Neues mit dazu. Aber hiermit. Ich habe ehrlich gesagt nicht damit gerechnet. Bei Natasha Denona sind die letzten Jahre oder die letzten Monate sehr raus, 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 raus. Aber ich verstehe es. Sie hat einfach sehr, sehr viel Erfolg gehabt mit Produkten. Und hat viel Geld verdient, um es zu investieren. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie teuer es ist, Foundation oder Concealer zu entwickeln. Gut, wir blenden das Ganze einmal direkt mit einem Schwamm aus. Geht auch super, super schnell. Und sieht richtig, richtig schön aus. Zack, fertig. Wir lassen das Ganze einmal drauf und dann habe ich das hier von Revolution Pro. Diese Contour Ones. Charlatel Redupes. Aber in diesem Trio Set. Damit war es natürlich deutlich besser. Wir haben den Blushed. Wir haben den Contour Ton. Und wir haben den Highlighter. Größer als gedacht. Fühlen sich sehr, sehr schwer an. Wir starten mal mit dem Contour Ton. Ich habe mich für das Medium Kit entschieden. Es kommt in so einen Tiger-Look. Hat auch hier einen Schwämmchen-Applikator. Oh, da kommt schon das Produkt. Oh. Oh. Das ist grün. Warum ist das grün? Seht ihr das? Das benutze ich auf gar keinen Fall. Das ist grün. Man kann die Sachen auch einzeln kaufen. Wir haben den Blush in der Farbe Pink. Ja, der sieht gut aus. Ich gebe erstmal so ein bisschen was auf meinen Handrücken. Sehr, sehr reflektierend. Das ist halt ähnlich wie bei Charles Tilbury. Arbeite mir das gut in den Pinsel ein. Und dann einfach zack, 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 zack. So ein bisschen rüber. Schön. Sehr zart. Kann man mit Sicherheit auch gut aufbauen. Den Highlighter würde ich jetzt ungerne benutzen. Weil der Blush mir schon genug Energie gibt. Also, ich würde es dir einzeln kaufen. Oder wenn ihr sagt, okay, vielleicht passt das farblich zu euch. Vielleicht habt ihr einen sehr dunklen Olivenunterton. Dann könnte das gut funktionieren. Bei mir wäre es jetzt einfach zu viel. Und ich liebe meine Base gerade so sehr, dass ich sie nicht damit kaputt machen möchte. Ich habe aber noch was anderes, Gott sei Dank. Und das ist ein Produkt, wenn ihr mir schon lange kennt. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie lange ihr mir schon hier auf YouTube folgt. Könnt ihr euch vielleicht noch daran erinnern, dass ich vor vielen, vielen Jahren bei TK Maxx oft Make-Up gekauft habe. Weil es dann natürlich super, super günstig war im Verhältnis zu, wenn du es online bei den Brands selber gekauft hast. Und da gab es damals den Too Faced Chocolate Soleil Bronzer. Und das ist für mich der schönste Bronzer gewesen, den es gab. Und ich habe ihn jetzt wieder gekauft. Dieser Geruch, das Finish, das ist... Too Faced ist ja nicht mehr so die Brand, wo wir sagen, boah, ja krass. Jetzt einmal kurz hier mit ein bisschen losem Puder rüber. Aber dieser Bronzer ist einfach das schönste Produkt von dieser Marke. Ich liebe den Geruch. Und es hat einfach das schönste Finish. Schaut euch das an. Und das war einfach so ein Produkt. Ich habe immer gedacht, ich kaufe es mir nicht mehr, weil es mittlerweile so viele andere Produkte gibt. Aber es ist einfach das beste Produkt. Es ist der beste Bronzer, den es gibt. Und der hält. Also ich habe meinen bestimmt vier Jahre lang gehabt. Du brauchst nicht viel. Du brauchst nur ein bisschen. Es ist einfach einer der besten Bronzer. Es gibt ihn in verschiedenen Farben. Ich habe ihn jetzt in Chocolate Soleil, glaube ich, heißt die Farbe. Ich nehme auch gleich ein Microfiber Multitool. Hier ist auch ein bisschen hier an meinen Augen lang. Und ich habe meinen unteren Augenbereich auch gar nicht gesettet. Könnte ich jetzt ein bisschen machen. Will ich aber nicht. Ich habe es nicht ausgehalten. Ich hatte mir und euch gestorben, ich kaufe keine Natascha Denona Lidschattenpaletten mehr. Ich habe genug. Ich werde sie nie aufbrauchen. Und ich brauche sie nicht. Aber dann kam sie raus mit einer Palette, die nicht mehr Maxim Giacomo schreien könnte, als diese Palette Maxim Giacomo geschrien hat. Und das musste einfach sein. Ihr wisst es. Ich liebe Grün. Ich liebe Braun. Ich liebe Erdtöne auf meinem Gesicht. Ja, und dann kam die gute Natascha mit der Yoga Palette raus. Und ich dachte, das kann nicht wahr sein. Das ist meine Palette. Das bin ich in einer Palette. Und erst mal das Packaging, ne? Und mir jetzt fühlt es sich auch noch mal ganz anders an. Du kannst bei Natascha Denona übrigens die Farben alle rausdrücken, dass du sie in eine große Palette machen kannst. Also sehr Pro-Artist. Das ist schon ein heißes Teil, ne? Du hast zarte Farben, aber du hast halt auch krasse Farben. Und Grün. Das ist eine Herbstpalette. Hätte mir so im September gewünscht. Aber das ist eine tolle Farbe. Und ich weiß nicht, was wir schminken. Ich starte mit einem kleinen, fluffigen Blendepinsel in die Farbe Tipu. Das ist hier so ein schönes Grün. Natascha Denona hat immer verschiedene Texturen. Da muss man immer so ein bisschen aufpassen, welche Texturen sie hat. Man muss sie erst einmal kennenlernen, die Palette. Deswegen ist es so ein bisschen aufregend jetzt für mich, weil ich einfach noch nicht weiß, wie die Textur ist. Man erkennt schon so ein bisschen vom Aufblick, dass sie wieder diese pudrigen hat, aber auch dann wieder diese cremigeren Farben. Das ist jetzt eher eine pudrige Farbe. Das heißt, ich könnte auch einen etwas weicheren Pinsel nehmen. Es sind einfach die schönsten Farben. Ich weiß nicht, warum. Ich meine, gut, ihr kennt meine Catrice-Palette, ne? Ich nehme das einfach erstmal hier hin. Wir machen jetzt auch auf beiden Seiten denselben Look. Ich will jetzt hier keine großen Experimente machen. Wenn ihr wollt, zeige ich euch damit nochmal mehr Looks. Ich muss mir jetzt eh wieder angewöhnen, euch mehr Lidschatten wieder zu zeigen. Das habe ich lange nicht mehr gemacht, weil ich benutze halt eigentlich, wenn ich Looks mache, aber wenn die ihr seht irgendwie oder ich schon einen Look drauf habe, immer nur eine, seht ihr weit. Wunderschöne Farbe. Und jetzt seht ihr auch, ich habe ja die Base kaum gesettet auf dem Augenlid. Das machen die Lidschatten dann für mich. Ich nehme denselben Pinsel und gehe in die Farbe Citrine und ganz leicht in Camu Camu, um es hier auszublenden. Hinten. Aber nur hier oben und hinten für ein bisschen mehr Highlight. Was sie auch rausgebracht hat, das hatte ich aber nicht gesehen und war jetzt auch nicht so in meinem Interessengebiet, waren Eye Pencils dazu. Da würde ich sagen, holt ihr euch von Nabla oder beispielsweise Makeup Coach. Die haben ja auch sehr, sehr, sehr viele Eye Pencils, die super sind. Ich habe die von Natasha Denona ehrlich gesagt noch nie probiert, aber die passten farblich dann natürlich sehr, sehr gut zu. Ich werde dunkler mit der Farbe, das ist halt die Farge, ne? Komm, nee, Willow. Willow ist so ein Königsblau-Grün. Und das setze ich mir in die Crease. Nee, nur hier vorne hin. Uh, she's pigmented. Einmal rein, einmal aufs Auge. Ganz leicht aufgestempelt. Und dann ziehe ich die Farbe in die Crease so ein bisschen rein. Es wird jetzt ein bisschen wilder, aber wir probieren einfach aus. Und blende mit dem sauberen Teil des Pinsels ganz leicht aus. Ich möchte schon eine recht starke Kante haben. Ist eigentlich auch schon so ganz nice. Aber wir müssen es hinten noch so ein bisschen anpassen. Dafür nehme ich einen flachen Pinsel, gehe in die Farbe Willow rein, ziehe mir damit einen Liner. Jetzt ziehe ich mir hier die Crease gerade weiter für so einen kleinen Kontrastpunkt. Und auf mein bewegliches Lid, da muss ich mal mit dem Finger erstmal rein, Plantasia, ist so ein Duochrome. Ganz leicht hier einfach nur so rüber gedastet. Hat keine Farbe an sich, sondern nur so eine Base, so eine schimmernde Base. Ist eher wie so ein Topper. Ja, nice. Geil. Geil nochmal mit dem Grün hier vorne so ein bisschen rüber. Krass. Super, super schön. Von der Textur her viele verschiedene Farben dabei. Und habe einen aufregenden Look. Ein Gelb hätte ich mir noch gewünscht. Ein krasses, krasses Gelb wäre noch krass gewesen. Fürs Inner Corner. Wobei wir da eigentlich hier Kamu Kamu nehmen könnten. Ja, also das in Gelb wäre vielleicht auch ganz nice gewesen. Aber ist okay. Reicht. Wunderschöne Farben. Sehr, sehr Sommerlich. Tatsache auch doch nutzbar durch diese helleren Töne. Mascara benutze ich natürlich auch noch. Das ist die Surreal Lash Mascara, die ich damals bei Look Fantastic gekauft hatte. Einfach, weil die wunderschön ist. Und das, Freunde, ist mein fertiger Look. Mit Produkten, die ich eigentlich nicht kaufen wollte. Es jetzt doch getan habe. Und ich es in keiner einzigen Faser meines Körpers bereue. Das ist ein so wunder, wunderschöner Look. Base ist glowy. Sie sieht frisch aus. Es sieht toll aus. Die Augen strahlen. I love it. I love it. I love it. I love it. Ich bin super gespannt, wie euch die Produkte gefallen haben. Schreibt mir eure Meinung unbedingt in die Kommentare dazu. Große, große Empfehlung. Schaut vorbei. Spart das Geld mit dem Code. Ey. Jetzt noch so ein, uh, ja, so ein Glossy Highlighter. So ein Glossy Blush. So richtig wet. Smash. Freunde, wir sehen uns ganz bald hier wieder. Passt auf euch auf.